um um der Bomber hätte die auch lustig aus und ist nun er nicht mal diesen hier kommen sie sind ganz hohen die er hat sogar aus so guck mal doch mal. Eisen! Mein Eisen. Eisen. Mehr. Ich brauche... Sorry. Das tut mir jetzt echt leid. Nicht. So, Cobblestone. Aber wir wollen uns ja nicht gegenseitig sabotieren. Also wenn wir uns gegenseitig sabotieren sollen, dann müsst ihr das in die Kommentare schreiben. Aber sich bei Minecraft gegenseitig zu sabotieren ist einfach zu einfach. Ja. Und aus den Gegnern ein paar Mal ist er tot. Bzw. den Freund. Weil ich meine, wir sind ja nicht unbedingt Gegner. Nicht zwangsweise. Das lässt sich ändern. Nur meine Leiche. Lässt sich machen. Das ist immer ein typischer Win-Diesel-Spruch. Okay, Creeper. Ja, die Hülle ist geil. Ich brauche mal so einen Gang runter. Oh, da läuft ein Skelett. Das ist immer ein Übergang. Ich habe irgendwie Bock, das Skelett zu töten. Ja, mach doch. Ich habe gerade abgehauen. Ich habe gerade ein bisschen Angst. Ach, da ist der Creeper. Wunden. Ich hab dich, Creeper. Ach, da ist das Skelett. Fuck, ich bin gleich tot. Konnte noch entkommen, konnte noch entkommen. Hast du Fleisch? Ja. Bitte, bitte, gib mir Fleisch. Ich will nicht sterben. Ich bin doch noch so jung. Hast du noch eins, oder? Ja, das reicht erstmal. Um das Skelett zu töten, wird's reichen. Oh, fuck, das hat mir so geholfen. Ja, so, das war's. Huh. So, knapp. Da ist noch ein Skelett. Ja, soll ich dir helfen? Ich komm mal von hinten. Haha, ich versteck mich um die Ecke. Geh mal hin, bitte. Hey, gegen was feitest du da gerade? Da ist ein Creeper, den ich einmal triggern wollte, aber... Das klappt nicht ganz. So, hoffentlich klappt das. Ja. Power. Ich bin einfach zu gut für dieses scheiß Skelette. Ah, Drecksmistviecher. Ich hasse es. Creeper sind ja wenigstens noch süß. Grün und süß. Das ist einfach eine gute Combo, grün und süß. Das hat sich nach Creeper angehört. Ja. Ja. Hallo hier. Kann man hier auch einen Aufweg... Gib ihr nochmal Fleisch bitte. Ich hab nur noch eins. Achso. Das brauchst du selbst? Ja, wie viel Leben hast du denn? Zwei. Okay. Da ist eine Spinne. Können die. Wollen wir die mal töten? Pass auf, ich lock sie und du tötest sie. Jetzt machen wir hier Fightings. Strategisch. Okay. Kommt. Oh. Heftig. Wir sind einfach zu gut. Trollface. So. Zack. 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 Und noch mehr. Zack. Dann ganz schön, dann ganz schön. Ja. Toll, verlierst du erst mal drei Leben, dadurch, dass ich hier unterm Kies stehe. Hau, da ist noch. Eisen. Peines Eisen. Gutes Eisen, peines Eisen. La la la. La la la. Oh, nee. Noch so eine Mega-Höhle hier. Ich hab Gold gefunden. Sag mal nichts. Ich hab einen Zombie gefunden, also sag mal nichts. Ha, ha, voll der doofe Zombie. Ich hab ihn in die Höhle runtergeschubst. Naja, ich meine, ich kann ja nicht davon ausgehen, dass Zombies irgendwie intelligent wären, ne? Brains. Wobei, bei den Gehirn, die sie fressen. Ja, gut. Ich meine, ich wollte jetzt eigentlich nicht ausprobieren, ob man durchs Gehirn essen irgendwie intelligenter wird. Das halte ich für unwahrscheinlich, wenn ehrlich zu sein. Ja, du wirst auch nicht dadurch, dass du Stierhoden ist, äh, potenter insofern. Na ja, man hier Leute denken das. Ja. Ähm. Aber ich persönlich, ich glaube, ich würde mich nicht dazu durchringen können, einen Stierhund zu probieren. Ich definitiv auch. Gegen Geld würde ich wahrscheinlich machen. Naja, das gehört nicht ins LP. Ähm. So, hier hab ich jetzt hier Kohle gefunden. Zack. Blip, blip, blip. Blip. Da oben ist noch Kohle. 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 Ich brauch Kohle. Ah. Nee, hier war das auch nicht. Ich versuch grad mal den Ausgang zu finden. Ach, da oben. Ah, ich bin gefunden. Ich erinnere mich. Da ist noch Eisen an der Decke. So. Das hier scheint eine weitere Höhle zu sein. Oder ist das der Ausgang? Nö, das ist eine Höhle mit Lava und so. Habe jetzt auch keinen Bock zu. Ich glaube, das ist mir ehrlich zu groß, diese Höhle jetzt hier zu erkunden. Ja. Das ist aber, das ist immer so groß hier. Da geht's raus. Zack, zack, zack. So einfach ist das. Ja, ich fall noch mal runter. Das gönne ich mir natürlich. So, hopp, 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 hopp. Oh. Jetzt sind die Skelette schon hier draußen. Ich hab' mich hinterm Baum versteckt. Ohne einen Schaden zu bekommen. Das ist direkt wie getötet. Ich geh' mal kurz wieder ins Haus, ne? Ja, du, ich find' das Haus gerade nicht, aber das macht nichts. Ja. Ah, doch, da glaub' ich. Ach, bist du auch aus der Hölle raus? Ne, ich muss noch, ähm... Komm, scheiß Ding. Du musst noch, genau. So, äh... Dings hier, Iron Ore hab' ich wieder mal. So. Zack. Und... Na, ne, da kommt ja jetzt nur... Ah doch, da Kohle kann da rein. So, dann hab' ich hier bestimmt noch Cobblestone, genau. Wolle, Knochen und so und Zeugs kommt hier rein, erstmal. Guck mal, String hab' ich. Arrow, Bone, auch noch falsch. Wool, ach, da ist ja noch mehr Wolle. Und Gravel. So. Das sieht doch schon mal nicht frech aus. Ich glaub' ich sortier' jetzt nochmal unsere Truhen einmal kurz. Toll, gekratzt. Du bist getäuscht, gestorben? Ja. Wie das? Durch'n Creeper? Ja, das ist kacke. Das stimmt. Ich hatte... Ich hatte immer nur sechs Eisen oder sowas. In Reserve. Ja, okay. Mehr Gold, mein' ich. Sechs Gold. Gold ist natürlich... Ist natürlich schade drum, aber... Ist auch nicht so schlimm. Ich muss sowieso nochmal kurz ein bisschen... Dings holen. Findest du den Weg zurück? Ja, ich denke schon. Oh, der ist gerade ein Kübler verschwunden. So, ich hol mal kurz hier nochmal ein bisschen Holz. Ehrlich. Also, Leute, wenn ihr meinen Skype sehen könntet... Ich habe 16 neue Nachrichten. Ich wusste gar nicht, dass ich mir mehr als 10 anzeigen kann. In diesem komischen kleinen Fenster da rechts unten. So, den letzten noch. Den hol' ich mir jetzt aber noch. Plopp. So. Hm. Ja, aber sieht gut aus. So gut aus. Da. So. Ja. So. So, hier 8 Dinger wieder. Ja, gut. Das ist... Das ist okay. Das ist... Das ist super. Das ist... Das ist perfekt geradezu. So. Ich habe jetzt nur vergessen, was ich machen wollte. Scheiße. So, Dreck. Irgendwas wollte ich machen. Ach ja, ich wollte eine Truhe bauen. Genau. Okay. Ich wollte zwei Truhen bauen. Also, bei mir hat sich das gerade so ein bisschen aufgehängt und, ähm... Ja, gut, passt schon. Ich wollte hier nämlich eine Equipment-Truhe bauen. Oh, ich habe eigentlich nicht die Dinger mitgenommen. Ich bin auch wieder mal Kacke. Wie haben wir eigentlich... Wieso... Wofür haben wir Eier? Ehrlich? Um Leute damit abzuwerfen? Ja, weil ich meine Kuchen backen... Oh. Ja, das lag. Hat ja ein bisschen gelaggt. Naja. Jetzt geht's wieder. Ah, du hast gut reden. Ich habe eben mit drei FPS gespielt. Drei ist natürlich viel. Das kann ich nur bestätigen. Ne, es hat nicht vom Spiel her geleckt, sondern die Truhe hat geleckt. So. 17 neue Nachrichten. Warte, Schwede. Naja. So, zack. Das kommt hier rein erstmal. Pumpkin. Ich habe irgendwie gerade Bock auf die Dinger. So. Zack. Dann habe ich davon welche. Und dann einfach 5, 6, 7, 8, 9. Also das ist jetzt... Ich glaube... Ich glaube, dann machen wir auch gleich mal Schluss, ne? Ja. Also bei mir hat sich das sowieso aufgegeben. So wollte ich anfangen mit Fraps aufzunehmen. Das spiele ich dann mit 4 oder 5 Frames per Second. Also FPS. Ich habe die Aufnahmen erstmal aufgegeben. Zack. Torch ist da rein. Und die wollte ich nochmal einmal kurz verteilen. Die finde ich einfach zu geil, die Dinger. Hihi. Okay. Ja, Schluss, Schluss, Schluss. Machen wir dann. Zack. Ach nee, das passt ja nicht. Äh, hier muss das sein. Zack. Zack. Und... Das kann ich nicht dagegen setzen. Dann mache ich jetzt mal Türme. Hey, hey. Ah, ich kriege davon auch noch Schaden. Toll. Hast du da wenigstens Fackeln reingesetzt? Ja, du bist ja brav. Natürlich. Ich bin ein feiner. Ein feiner Lennart. Feiner Lennart. Ganz feiner Lennart. Ja, bist ein feiner Lennart. Ja. Ja. So. Dann, äh, düngstens hier. So. Dreck. Okay, ich musste einmal kurz hier... Nicht bei Skype. Nein, hat er nicht gemacht. Okay. Irgendwie hat er es nicht übernommen. Ist mir jetzt auch egal. Also, ich nehme jetzt hier nochmal kurz das Eisen raus. Pass auf die Struhe und dann machen wir mal Schluss hier, ne? Jo. Okay, Leute. Wir sehen uns im nächsten Part. Ich denke, das waren jetzt so vier Parts oder so. Okay, bis dann. Bis dann.